Mein Name ist Jens Hübner und heute möchte ich euch zeigen, wie ich es vermeide, dass meine Skizzen einfach nur bunt werden. Die Herausforderung beim Malen ist, dass man nicht die Realität abbildet, sondern dass man sie umsetzt. Ich zeige das hier an diesem Beispiel einer Herbstlandschaft. Ich habe nur zwei Farben verwendet, nur dieses Orange und Neutraltinte, heißt dieser dunkle Violettton und damit habe ich das Bild koloriert. Damit unterstreiche ich die Farbigkeit, die der Herbst hat, nämlich recht trüb zu sein, recht einfarbig zu sein und natürlich war das Gras dort grün auf der Wiese oder auf dem Feld, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das habe ich nicht dargestellt, sondern ich habe es auch in diesem dunklen Violettton gelassen. Ebenso die Wolken und auch den kahlen Baum. Eine andere Möglichkeit ist Skizzen oder wie diese Zeichnung hier in einem Buchladen einfach nur schwarz-weiß anzulegen und farbige Akzente zu setzen. Also hier habe ich nicht nur zwei Farben verwendet. Hier sind ein, zwei, drei, vier, fünf, wenn man das Grau mit dazu zählt, dieses Grau-Blau. Aber ich habe quasi nur großflächig Grau verwendet, beziehungsweise gar nicht koloriert und dann nur diese farbigen Akzente oder auch Punkte, kann ich sagen, gesetzt. Und somit habe ich es vermieden, dass jetzt diese Farbigkeit dieser Bücher und so weiter, der Regale des Fußbodens, der Infofarbe, dort das Bild zerstört und vom Wesentlichen, nämlich dieser Situation, dieser Beratung der Verkäuferin mit der Buchkäuferin ablenkt. In diesem Zeitraffer-Video zeige ich wieder, wie das entsteht. Ich habe hier eine Zeichnung, die ich mit wasserfester Füllertinte gemacht habe, eine Vorzeichnung. Ich mache diese jetzt feucht und koloriere sie zu Anfang mit einem dunklen Blau, mit einem trüben Blau, wie Indigo oder Pains Grau-Bläulich nehme ich da ganz gerne und trockne das Ganze mit dem Föhn. Diese Sequenz verkürze ich jetzt mal sehr stark, damit das Ganze nicht zu lange dauert, habe ich ein Teil rausgeschnitten. Ich mache das Papier wieder feucht und nehme jetzt die zweite Farbe. Das ist, ich mache die erstmal die Palette sauber, das ist Cadmiumgelb und ein bisschen Rot drin, sodass ich das zu Orange mische, aber der Hauptton ist eben dieser Blauton, mit dem ich schon die Vorzeichnung gemacht habe. Das ist blaue, wasserfeste Füllertinte. Setze ein paar Details eben auch mit diesem Orange, aber hauptsächlich besteht das Bild aus Blautönen. Wichtig ist dabei, dass auch wiederum Wiesen nicht grün sind, Bäume nicht grün sind, sondern dass ich dort sehr stark abstrahiere. Das kann ich übrigens sehr gut, wenn ich die Skizze draußen mache als Strichzeichnung und drinnen dann koloriere und mir diese Stimmung, die dabei draußen herrschte, einfach versuche zu vergegenwärtigen und in Farben auszudrücken. So gibt es Herbstfarben, Winterfarben und so weiter. Und diese dunkle Jahreszeit kommt darin ganz gut zum Ausdruck. Zum Schluss mische ich die Farben noch, das Blau und das Orange zu so einem dunklen Ton, um die Bäume im Hintergrund zu zeigen. Gebe da von dieser Farbe auch wieder was in den Vordergrund, damit das ein bisschen ausgeglichen ist und habe damit die Zeichnung so gut wie fertig. Ich zeichne mir immer gern ein Bildformat, diesen vierjährigen Rahmen um die Skizze, den ich auch mit der Farbe verlasse, was ich jetzt gerade mache, indem ich dort eben auch die Bäume noch ein bisschen rausziehe. Sowas fällt mir ein während des Machens und diese Möglichkeit habe ich eben auch dadurch, dass ich links und rechts noch weißes Papier habe. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich zeige gleich nochmal das gesamte fertige Bild und würde mich freuen, wenn ihr das kommentieren würdet, liken würdet, teilen würdet.